Wenn etwas getaktisch wird. Ja, ganz ehrlich, es ist so, gemeinsames Team-League einfach nur auf Spaß-Ebene. Jo, Leute, willkommen bei Planetside 2 Taktik-Training mit dem Edelstyler. Wie ist es wohl vom Lappen-Gamer gekickt? Genau, dabei sind diesmal Beast, Fire, Tomb-Wall, Dark Metallic Blau, Lappen-Gamer King, ADN, Fauna, Antifa-098 und natürlich ich. Ganz wichtig, natürlich. So, und jetzt gebe ich das Wort an Edelstyler und halt die Schnauze. Ja, mich hat's echt gewundert, dass keiner irgendwas geblarrt hat wie Aufnahme, 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 Aufnahme. Lass mich, Gelma, feierst du ebenso, dass du bist, wie gesagt, wird heute ein bisschen chillig ablaufen. Könnte ich auch in-Game-Report. Und, ja. Ich hab mir natürlich was überlegt, was wir heute machen könnten. Und ich hab mir gedacht, wir machen ein bisschen fire operation. Wir müssen über die Straße nach unten zum Mulac pass. Oh, Lassen, genau, was machst du immer wieder, Mensch? Jetzt machen wir das so. Ich hätte jetzt mal gern, dass ihr euch alle redeployt, egal was ihr seid. Und ich fahr jetzt mit meinem Spion da hin und zieh dann dort einen anderen. Well done, alles, Bond. Der for operation, deswegen. Weil wir ja getan haben. Klasse plan. Klasse plan, ja. Klasse plan. Klasse plan. Also, wir könnten ja nochmal kurz erwähnen, was eigentlich heute getaktisch ist, getaktisch wird. Wenn etwas getaktisch wird. Ja, ganz ehrlich, es ist so gemeinsames Team-League einfach nur auf Spaß-Ebene und schon, dass man ein bisschen was lernt. Aber halt nicht so streng wie bei einem operations-Dings. Äh, Edelsteiner, willst du den Ziggurat verteidigen? Da kriegen wir gleich maßig auf die Schnurzer. Nein, ich möchte es etwas angreifen. Egal. Nein, ich möchte es probieren, ob das funktioniert. Wie gesagt, 3D-Firm, Leute, ich erklär, hier steht das Hammer. Ja, ich bin schon drüben. Ja, ich bin schon. Ich stelle einfach das Bomb-Beacon auf, geht schneller. Ich komm nicht mit dem Ziggurat hin, ich lange dort. Die Kritik heute. Wahnsinn. Ja, ich bin gerade ein bisschen genervt, muss ich dazu sagen. Aber warum denn? Ja, Leute, ich komme halt nur mit Medic und Ingenieur. Echt so. Ja, also ich würde ja gerne, aber... Medics und Heavy, ah, Heavy, ja. Ja, gut, würde ich gerne, aber ich kann immer noch nicht. Kannst schon. Doch, jetzt kann er. Erzenschaft. Danke, Kahn. Aber ich wollte nicht. Mit dem die Technikanlage, vielleicht, wenn du weiterhälst, ja. Technikanikanlage ist eh useless, lässt du verteidigen, so. Ich kann immer noch nicht. War mein Problem. Ich bin jetzt ja weiter zurück. Ich probier's mal. Geht's ja rein, Alter? Wow, ich hab's. Bin da. Ah, ich weiß gut, ja. Absicht dahinter ist, dass der Sanderer versteckt steht und nicht leuchtet. Ja, traumhaft. Mehr sind unter der Base. Und du leuchtest nicht. Ja, wir sind unter der Base. Ja. Das ist Absicht, Leute. Das wird der Sanderer stealthy bleiben. Also, Alistair erkennt jeden Glitch in diesem Spiel, also ist ein Glitch-User. Alter, ich bin voll der Bug-Exploiter. Ja, eben. Also ich würde ihn erschießen, also ich darf ihn nicht mehr erschießen, also wenn ihr ihn seht, er schießt. Der ist im Panzer-Dun, der, der versteckt sich. Aber Leute, wir gehen wieder hoch. Am Vc4 kann er sich nicht verstecken. Der Biest, der... Ich darf denn... Ich darf denn... Einfach Panzer-Bien. Ich darf nicht mehr schießen. Der Änstein, der läuft an der Treppe vorbei, auch gut. Das ist taktisches Training. So macht man es nicht. Na ja, vielleicht bin ich vorbeigelaufen. Stimmt. Ja. Oh, wie schön wird das jetzt so. So ein schöner Heller. Das ist so geil, ey. Ich kann dir nicht töten. Aber du darfst mich nicht töten. Guck mal, das tut bestimmt auch höllisch weh, wenn man jetzt so richtig fett... Das ist geil, Alter. Das bleibt verstehen. Sven, bleib mal da. Wo bist du Sven? Sven ist im Part, der versteckt sich. Ab mit dem Gamer. Ja, da kommt er ja. Ja. Und dann vom Muni-Paket hin. Ja, Bala. Bala, Bruder. Bala. Hier, Bala. Bala für dich. Mann, Arsch. Ist ja echt langweilig. Hier ist ja nichts los. Ja, das war einfach nur dazu mal, dass wir das probieren, okay? Ich möchte es nachher natürlich in den großen Schlag machen. Ja. Vielleicht bei der Technik an Lager, die wir nicht verloren haben. Ja, ich glaube, da wird sowas schwieriger. Was zum Glück ist jetzt ein anderes, gutes Platoon dahin gehören und nimmt hoffentlich ein, wenn wir das über Population dort. Also, siehst du, da passt sich immer gleich ins Hemd her, das geht ja gar nicht. Ah, da werden wir auch das andere gute Trupp sein können, ne? Das andere gute Trupp. Das andere. Sondern es auf das andere. Wir sind immer das andere gute Trupp. An, hier sind keine Gegner. Ja, ich bin auch nicht draufgekommen. Oh, lep. Fuck. So viel dazu. Wir sind keine Gegner. Kann mich jemanden schreiben? Wieso liebt ihr der Bischst hier? Achso, ich weiß nicht, warum meine KD. Ich weiß nicht, warum meine KD unter 1 ist. Ich habe 1,08. Ja, ich habe 0,8. Kommt, der lebt, komm, der lebt, komm, der lebt, komm, feuer. Jetzt haben wir aber irgendwie 14 Fote. Ja, keine Ahnung, ne? Das ist eine gute Frage. Warum, Fireball, bist du nicht aufgrund des Tests? Doch. Hey, wie aus wurdest du von... Bist getötet, Alter? Ja, und er wurde immer wieder belebt. Mensch, warum ist mein Sandi wieder... Weil die Limp da ein bisschen drüber geschreddert ist. Ihr kommt schon wieder. So, die ersten Fans. Boah. Ja, endlich. Alter, wo wurde der da ganz ernsthaft von der Limp getötet? Ja, okay. Ich will immer wieder so ein Muni-Paket hin. Leckt 1. Da kommen Gegner, Leute, da kommen Gegner. Ja, von hinten. Oh. Ah, da ist uns. Danke, Biest. Die Leute, was verrecken? Macht ihr denn Jungs hier? Aber warum sterbt ihr? Das war schlecht. Eben, ja. Und ihr wolltet die Hau rausfordern? Keine Spaß. Ja, das ist aber immer halt nicht hier. Ja, wir sind ja unterfordert jetzt. Eben, wir sind nicht da. Die Alpha-Besetzung vom Sonntag, da war ich leider auch nicht dabei, deswegen ist es heute ein bisschen lappiger. Ja, ich war es 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 lappiger. Leider, da kommt jetzt ein größerer Push, bitte ins Haus zurück, was sich da befindet, wo der Tropikpunkt ist. Ja. Ich war es lappiger. Und ich war es lappiger. Ich war es. Da kommt eine Mächtung aus. Ja, da kommen die Mächtung aus. So, was wäre das für ein Skill. Okay, Wohne. Alle drauf paradigm. Leute, wenn... Ich sehe mich mal wieder gerade in die Gruppe. Ich habe gerade ein Pätschatt, der hat gerade hier gesagt... Ich habe das Video richtig gewollt. Ich habe das Video, ich habe das Video, ich habe das Video. Nein, Kill for Fun ist... Alter, nein! Scheiße, er hat mich. Danke! Du Scheiße. Mann, wir können doch uns jetzt nicht von den Paten-Outfit von uns töten, was das ist. Mann! Ja, aber die haben uns singelt. Ey! Und die waren noch mehr wie wir. Und die Technikanlage verlieren wir immer noch? Ja, gut, dann probieren wir jetzt die Technikanlage, aber das machen wir jetzt mit einem anständigen Galaxy Drop. Gut, ich wollte nämlich schon spawnen dort. Macht gleich mal einen Max in Hatten. Ich möchte das jetzt ausprobieren. Ich mach Max. Ich auch. Wir rushen den Punkt. Nein, ich mach Medic. Ich mach der einzige Medic. Nein, der war ja nicht so. Nein, ich bin der Medic. Wir beide helfen uns. Okay. Wir brauchen zwei seinen Täter, ne? Haben wir überhaupt ne ausgebauten Max? Kann aber auch Medic sein. Ja, ich hier. Ich hab Max, Max. Ich rede von ner ausgebauten Max, nicht von ner Max. Ich hab ne ausgebauten Max. Von ner ausgebauten Max. Noch ein bisschen. Ja, ich könnte... Ich kann's auch so nachgucken. Würde ich einfach vorher aus wie vorn. Du kannst ja die Galaxy Z4 reinkleben und dann machst du im Flug dann da die Galaxy drauf. Ey, das wär geil. Ich steig einfach aus und zünd hinter mir die ganze Galaxy. Nein, Leute, rein. Hopp. So, ich hoff die Aufteilung passt. Ja, hier. Ein Max. Äh, eine Max. Ja, passt dir super gar nicht. Cool, er ist auf Ammerisch. Wer? Ich hab's nur zwölf wenn ich das unter mitnehmen können als seine Jedi. Ups. Ich hab's gerade gemacht, das hab ich gesehen. Wieso ist denn das öffentliche Rekrutierung? Man, Leute. Dann macht's der weg. Hey, schau mal. Haas. Hauptsumal die Fehler zugewiesen, nicht? Ist ja dein Fehler. Was ist denn? Da hinten ist ne Lipp und die hätte ich fast wieder Bulldog getroffen. Ja, tsch, 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 tsch. ich würde jetzt mal dass die galaxie sperren für alle nicht ja damit du was auch nicht weiter da ist wir meine mx jahr kommt das hat wie viele ingenieuren wir medics okay wir haben drei medics und tuff an eben hat jeder geschrien dass er externe sein wenn man dann ne nur foto ich habe nur geschrien dass ich medics sein will habe ich gesagt ich wechsle doch bei der bus lappen die man zum anfang medik war aus leute raus alles aus dass wir in der